Willkommen zum Seminar Betriebsverfassungsrecht für Arbeitgeber. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Das Betriebsverfassungsgesetz regelt die Rechtsbeziehung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Als Arbeitgeber haben Sie das Ziel, eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat aufzubauen, um unternehmerische Entscheidungen durchzusetzen. Wer als Arbeitgeber die Grundlagen des Betriebsverfassungsrechts kennt, kann sich in Verhandlungsgesprächen souverän und sicher zeigen. Welche Mitbestimmungsrechte und Pflichten hat der Betriebsrat? Welche Informationspflichten haben Sie als Arbeitgeber? Wie können Sie mit dem Recht auf Ihrer Seite Fehler in der Verhandlungsführung vermeiden? Unser Seminar behandelt die rechtlichen Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Wir vermitteln Ihnen das notwendige Wissen, um Ihre Interessen wirkungsvoll einzusetzen. Zielsetzung ist es, im Umgang mit dem Betriebsrat auf einer konstruktiven Basis zu sachgerechten Ergebnissen zu gelangen. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt!